Huiiii, nix passiert, viel Spaß. Hallo liebe Leute, bei der Kommunikation mit Frauen gibt es oft sehr viele Stolpersteine zu beachten, aber mein Praktikant berichtet euch mehr. Hallo, wie alt sind Sie? Eine Dame, frag mal nicht nach einem Alter. Wie viel wiegen Sie? Ich bin 19. Ich hoffe es hat euch gefallen. Für die nächsten Tage ist wieder ein größerer Sketch geplant. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.